Herzlich willkommen beim Motorradmagazin auf der ECMA 2024 am Stand von Suzuki, wo wir ein richtig heißes Teil sehen. Die Suzuki DRZ 4SM natürlich. Haha, guter Witz. Das lustige ist tatsächlich, dass das einer der ersten Dauertester war, die ich mitbekommen habe. Es war nicht mein Dauertester, aber der Dauertester eines Kollegen und zwar geschätzt vor circa 20 Jahren. Und es war nicht so, dass dieses Modell verschwunden ist, weil es natürlich damals gegen die KTM oder sogar Husabergs ein bisschen geschwächelt hat, sondern das hat halt irgendwann immer die Abgasnormen auch erfüllt. Und damals war noch nicht die richtige Zeit für diese A2-Klasse, die jetzt so boomt in allen Segmenten. Die DRZ 400 damals, die gab es dann auch noch oder gibt es bis heute, haben wir gerade gehört, in vielen Märkten, in Asien und so und ist jetzt eben zu uns zurückgekehrt. Und ich finde das großartig, weil das natürlich abgedatet wurde, modernisiert, vier Ventileinzylinder mit Ride-by-Wire, Titan-Einlass-Ventil, Doppelzündung. Der Motor leistet zwar jetzt nur mehr 38 PS aufgrund der Abgasnormen, gehe ich mal davon aus, 398 Kubik übrigens, 37 Minuten Meter Drehmoment, aber das wird auch reichen. Wir haben sogar drei Power-Mode implementiert und ja, und jetzt setze ich mich übrigens drauf. So. Aha. Na ja, total schlank natürlich. Ich sitze eigentlich auch sehr weit vorne, ich habe ein bisschen eine Bewegungsfreiheit mit 1,80. Sitzhöhe habe ich die jetzt hier oben, ich glaube, ich muss leider wieder auf meinen Spickzettel schauen. 890 Millimeter. Aha, darf ich nicht. 890 Millimeter, glaube ich, aber ich habe halt so einen schmalen Schrittbogen, dass ich super sitze, wie ihr gesehen habt. Das ist auch noch eingespannt, ein bisschen das Motorrad. Also da kommen ein 70 Fahrer da so locker drauf und haben sicher einen super Stand. Also wir sind hier jetzt übrigens bei der Supermoto. Wie ihr seht, da drüben, da hinten, da steht die Enduro-Version. Aber ich sage jetzt noch einmal weiter, was alles drauf ist, weil es ist wirklich umfangreich. Eine abschaltbare Traktionskontrolle und ein ABS, das man bei der Supermoto hinten abschalten kann und bei der Enduro auch vorne, durch den Offroad-Einsatz natürlich. Fünf Gänge, Alu-Heck und Alu-Schwinge und ein LC-Display. Jetzt haben wir noch die Eigenheiten von der Supermoto. Die ist natürlich mit 17 Zoll Rädern bestückt. Kayaba-Fahrwerk, 260, 277 Millimeter Federweg in Druck- und Zugstufe einstellbar. 890 Millimeter Sitz eben. 854 Kilo, 8,7 Liter im Tank. Der Verbrauch liegt bei gerade mal 3,4 Liter. Und vorne ist eine 310 Millimeter Bremsscheibe verbaut. Und jetzt gehen wir mal einfach da rüber zur Enduro. Es ist alles ein bisschen anarchisch hier jetzt. Also das Interesse ist extrem groß. Das wäre vor 20 Jahren noch nicht so gewesen. Auch das unglaublich gefällig finde ich in diesem typischen Suzuki-Gelb. Hier natürlich die Bereifung 18 und 21 Zoll. Die Federwege sind höher, 280, 296 Millimeter. Dadurch steigt auch die Sitzhöhe auf 920 Millimeter übrigens. Vorne ist die Bremsscheibe kleiner, weil man davon ausgeht, dass im Offroad eben, braucht man halt nicht so eine große Bremsscheibe. Ich gehe aber auch davon aus, dass das viele auf der Straße fahren werden. Also ja, kann man so machen. Und schließlich ist auch das Gewicht etwas niedriger mit 151 Kilogramm. Was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht weiß, ist, was das kostet. Wenn wir diesen Preis dann schon wissen, zu der Zeit, wo ich das Video online stelle, schreibe ich ihn unten in die Beschreibung dazu. Ansonsten findet ihr die Infos dann auch auf unserer Seite. Und wenn ihr das Ganze in Ruhe anschauen wollt, nicht so wie hier auf der Messe, in diesem Tumult, dann müsst ihr unser Heft kaufen. Das letzte Heft des Jahres, das 8er Heft. Wenn ihr das versorbt oder nicht bekommt bei euch, könnt ihr es bestellen auf www.motorradmagazin.at. Ja, habe ich das jetzt richtig gesagt? Vor lauter Stress. Dann natürlich am besten gleich für nächstes Jahr abonnieren unser Heft. Da kommen dann viele Vergleichstests. Nicht nur in der A2-Klasse natürlich, aber die ist momentan halt wirklich am Zenit. Und wenn ich dann noch nicht am Zenit, die ist noch am Wachsen. Und da bin ich echt gespannt. Und es gibt nämlich noch andere Hersteller, die ähnliche Konzepte präsentieren. Und wie gesagt, jetzt ist die Zeit die richtige. Und jetzt ist noch die Zeit die richtige, um das Motorradmagazin zu abonnieren. Also, wir gehen weiter zum nächsten Stand, wo hoffentlich weniger los sein wird. Bis gleich.